Heute müsst ihr stark sein, meine lieben Freunde des erhöhten Pulses. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, lasst mir jetzt ein kostenloses Abo da, damit ihr kein zukünftiges Video mehr verpasst. Und willkommen an alle Leute, die aus der Ketzerkirche kommen und den Weg auf meinen Kanal gefunden haben. Willkommen auf meinem Kanal. Wir haben heute einen 21-jährigen Deutsch-Bulgaren, der einen kleinen Abstecher nach Duisburg gemacht hat. Naja, und in Duisburg hat er dann einen Abstecher bei zwei Minderjährigen gemacht. Wir haben hier zwei Grundschüler, die bereichert wurden. Es gab zwei minderjährige Opfer. Zum Alter der Opfer gab es zunächst keine zuverlässigen Angaben. Das schwankt so zwischen 9 und 14 Jahre alt. Naja, die beiden wurden auf jeden Fall bereichert von diesem lieben Herren und diesen Abstecher, den er da gemacht hat, der war scheinbar auf dem Schulweg von den Kindern nach Hause. Als sie dann bereichert wurden, sind sie zurück zur Schule gerobbt. Und ja, ich möchte mir diesen Weg gar nicht vorstellen. Wenn ihr gerade mit einem Abstecher bereichert wurdet, ja, dann habt ihr auf jeden Fall andere Probleme, als dann noch den Weg zur Schule anzutreten. Und eine Lehrerin hat dann den Notruf gewählt. Der 21-jährige Täter wurde widerstandslos festgenommen. Und ihr wisst ja, eine Woche Fernsehverbot ist auf jeden Fall drin, ne? Wir haben hier einen Täter mit Migrationshintergrund. Diese Tat geht natürlich in die deutsche Kriminalstatistik ein. Und zwar als deutscher Täter. Ich bin mal gespannt, was jetzt bei dem 21-jährigen Mann rauskommen wird. Hat er vielleicht auch eine psychische Erkrankung, wie die ganzen Einzelfälle, von denen uns ständig in den Medien berichtet wird. Wenn dort überhaupt darüber berichtet wird. Das ist ja immer etwas sehr, sehr Trauriges. Der Täter soll als Einzeltäter agiert haben. Ihr kennt es doch. Der klassische Einzelfall. Also, ich muss ja sagen, so langsam, aber sicher, sollte ja jedem Zuschauer bewusst sein, dass Einzeltaten einzeln auftreten und dass es dort ja keine Muster oder ähnliches gibt. Aber ich höre immer nur aus den Medien und von den Tätern, Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Also, das kann halt irgendwie nicht sein, ne? Also, man muss sich da wirklich einmal an den Kopf fassen und einfach fragen, was ist los mit Deutschland? Deutschland soll sich verändern. Wie wir von vielen Politikern schon gehört haben. Und vor allem, die Politiker freuen sich darauf, wie es sich verändert. Gerade die Grünen, die sind richtig, richtig auf dem besten Weg, Deutschland so weit zu verändern, dass viele es vermutlich nicht mehr als Deutschland identifizieren werden. Es ist ja jetzt schon in der Fußgängerzone teilweise, naja, sagen wir mal, abenteuerlich und definitiv nicht ungefährlich. Also, passt auf euch auf, passt auf eure Kinder auf, passt auf eure Enkelkinder auf und nicht vergessen, Kanal abonnieren, kommentieren und gerne die Glocke aktivieren. Wir hören uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt, Blutdruck geht in die Höhe und wir machen einen Abstecher. Mal sehen, wohin wir diesmal reisen. Bis zum nächsten Mal.